Das hier ist das Sony Ericsson W760i. Für ein Handy der W-Reihe hat es eigentlich eine sehr gute Kamera und zwar eine 3,2 Megapixel Kamera. Die finden wir hier hinten am Gehäuse und die ist auch eigentlich immer gut geschützt, wenn das Handy zu ist. Also sie kommt nur zum Vorschein, wenn man es dann mal aufmacht. So, jetzt gehen wir nochmal ein Stück raus und über das Menü komme ich hier direkt in meine Kamera. Ich habe hier diverse Optionen, zum Beispiel bei der Bildgröße kann ich auswählen, 3 Megapixel, 2,1 oder VGA-Auflösung. Und ja, es gibt ein Nachtmodus, Selbstauslöser, Weißabgleich, Effekte, Fotoqualität, Überprüfung, Position, Speicherziel, Verschlusston. Ich kann die Einstellung zurücksetzen und auch die Dateinummer. So, hier oben sehe ich den Zoom. Allerdings kann man nicht zoomen, wenn man die höchste Auflösung gewählt hat. Das ist immer so ein kleines Problem bei Sony Ericsson. So, wir werden jetzt aber mal ein Foto machen. Von den Farben her sieht es ja eigentlich schon ganz gut aus hier in der Vorschau. Machen wir mal das Bild. Und wir haben gesehen, also das Handy hat ein bisschen gebraucht zur Verarbeitung. Von der Qualität her ist es ganz okay, die Farben wirken vielleicht insgesamt ein bisschen sehr grell, aber das Ergebnis ist eigentlich ganz ordentlich. So, jetzt kann ich hier noch in diesen Schwenk- und Zoom-Modus gehen. Fotofix, Fotodj und löschen. Schwenk- und Zoom heißt, ich kann näher rangehen. Ich kann hier zum Beispiel nach links gehen. Ich kann rauszoomen. So, hoch, jetzt gehen wir auch zurück. Und jetzt werde ich auch noch ein Video drehen. So, Stopp. Und auch das, wenn wir uns jetzt mal anschauen. Also die Auflösung ist natürlich längst nicht so hoch wie bei den Fotos und es ist auch wirklich ein bisschen pixelig. Es hat eben bei den Farben ein wenig geflackert. Das hat man auch gesehen. Aber ich habe auch schon wesentlich schlechtere Handy-Videos gesehen. Also so gesehen ist es eigentlich gar nicht so schlecht hier, das Ergebnis. So, und jetzt, wo man Fotos gemacht hat, kommen diese beiden Shortcuts hier oben ins Spiel. Wenn ich hier rechts drauf drücke, dann lande ich bei so einer Art Fotoübersicht mit dem Aufnahmemonat. Und links lande ich direkt bei den Fotos. Ich gehe mal ein bisschen näher dran, damit man es besser erkennt. Und ich kann mir das Ganze jetzt auch querformal angucken. Und das ist ganz stylisch hier animiert. Kann ich wechseln. Und man sieht, das sind unterschiedliche Fotos. Je nachdem, wie viele Fotos man hat, kann man hier eben durch seine Fotos durchscrollen und auch jederzeit wieder ins Hochformat wechseln. Also das ist wirklich sehr schick gemacht. Hier kann ich auch direkt, wenn ich nach oben gehe, dann kann ich das Foto direkt verschicken. Ich kann auch nach... ne, kann ich hier nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Jedenfalls kann ich eigentlich so eine Art Favoritentech zuweisen, meinen Fotos und dann eben meinen Lieblingsbildern so ein Sternchen verleihen. Dadurch finde ich die sehr schnell wieder. Und ja, also es ist schon sehr stylisch gemacht. Schön animiert. Sieht auf jeden Fall gut aus und ist eine nette Spielerei, wenn man mal Freunden seine Fotos zeigen will.